Ich sitze unter der Klimaanlage und der Stuhl ist am Boden festgemacht. Welcher Vollidiot hat er bloß? Hey Crayola, mach mal die Lüftung aus. Ja, drück rauf mit deinem Stab das Rad. Oh nein. Soll ich das Schicksal herausfordern? Kann dieser Tag noch schlimmer werden? Das war ironisch, also kann nichts passieren.